Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnaussession von NBA2K17. Wir beginnen den ersten Tag in der Saison und die Trainingshalle ist geöffnet. Das heißt, wir gehen einfach in den Gym, in den Gym rein und arbeiten ein bisschen. Mal sehen, was geht. Werfen ein paar Körbe und so weiter. Freies Training einfach ganz normal. Ein paar Dreier werfen, was so geht. Mal schauen, was Justice hier zu sagen hat. Da, 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 da. Somebody left a security detail at home. Told them to take the morning off while I get in early, get some shots up. What you working on? Working on my jump shot. Nah, but you're not doing anything. Not doing anything. Getting a nice little sweat in, got up nice and early. Look, I live in the gym. Nah, that's not what I mean. When you come in the gym, you gotta be focused. You gotta have a focus when you get in the gym. Yeah, I'm focused on my shot. Nah, but what kind of shot? Are we talking about our mid-range? Are we talking about our three-point? Are we talking about our corner three? Are we talking about the post that you love so much? Oh, okay, okay. You know what I'm saying? Yeah. All of it. You know what? I'm gonna put you through a real workout. All right. We'll lace them up, Justice. Justice. Ja, und jetzt fragt er uns, ob wir ein 1 gegen 1 spielen. Bis 10, ja, also bis mindestens 10 Punkte erreicht werden. Und hier habe ich noch Kameraprobleme. Ja, ich mache ihn trotzdem rein, aber ich figure das noch out. Äh, nein, jetzt wechsle ich zum Englischen. Das war ein bisschen dämlich. Aber nein, wir kriegen das noch hin. Ähm, die Kamera wieder richtig zustellen. Ja, hier den Jumpshot aus dem Post nicht geschafft. Man muss dann immer rauslaufen, wenn der Gegner den Ball hat. Also der Gegner muss dann mit dem Ball rauslaufen, um den Spielzug dann wieder neu zu eröffnen. Und hier, kleiner Bug, ist stehen geblieben. Spielzeit, äh, die Spieluhr läuft runter. Und, äh, naja, er muss dann irgendwann werfen. Der geht natürlich nicht rein. Airball auch noch. Und wir haben wieder Ball. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Kamera, äh, hinkriege oder erst gleich. Jetzt kriege ich die Kamera hin. Die will ich ja haben. So, jetzt versuchen wir ein bisschen zu, ein bisschen Sinn zu kriegen. Aber wir kriegen den Rebound wieder. Wie gesagt, ich will nur ein bisschen austesten. Unser Jumpshot ist eigentlich nicht ganz so schlecht. Geht natürlich nicht perfekt hin. Wir sind ja noch relativ niedrig im Level. Ja, ich meine, wir sind bei der 66 aktuell. Ich zeige nicht immer den Fortschritt, also, ähm, ich werde auf jeden Fall immer besser. Ja, und hier kriege ich ihn schön hin. Aber ich baite Justice ein bisschen. Ich mache ihn richtig fertig. Ich glaube, ich spiele sogar zu Null. Er macht keinen einzigen rein. Ich werfe ihn Dreier direkt rein. Ja, der Nächste ist wieder. Wow, und hier mache ich ein paar geile Moves. Ja, da bleibe ich aber hängen. Egal, ich mache Turnaround-Jumpshot. Nicht rein. Ich habe es jetzt einfach mal komplett drin gelassen, weil es eigentlich ganz symptomatisch ist für so Training-Sessions, so freie Training-Sessions, die man mit Justice, aber auch mit anderen Team-Mitgliedern auch noch machen kann. Und hier, äh, ganz awkward, egal. Ich hole mir den Rebound und mache ihn rein. Wie auch immer. Jedenfalls, äh, ist, ist ganz, ganz nett. Mache ich den Dreier einfach rein. Er gibt es Gold. Was will man sonst noch haben? Ja. Und wie gesagt, ich will immer diese Anzeige oben füllen. Die macht man, indem man, äh, einfach arbeitet im Gym. Und dann kann man seine Attribute, äh, kann man die Attributerweiterung erhöhen. Ja. Also man hat viel mehr Möglichkeiten, dann noch Attribute zu kaufen mit dem, äh, verdienten virtuellen Geld. So. Und jetzt, wenn man dann rausgeht, hier sieht man, ja, dann, ähm, lädt man hier diesen Vorschrift bis zur Freistaltung des nächsten Upgrades, äh, frei. Diesen Screen, den lasse ich mal am Anfang jetzt mal drin, aber ich werde den in den nächsten Folgen auch einfach rausschneiden, weil der einfach relativ unnötig ist. Nur, äh, ähm, so ein Screen zum Laden, ja. Deswegen relativ unnötig, finde ich. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, hier gehen wir wieder in unsere Halle rein, was auch immer das, äh, hier, also unser, unsere Bude. Ja, stellen unsere Tasche hin, kommen erst mal wieder an. Ja, und hier sind wir bereits auf einer 71 insgesamt. Ich wollte euch das kurz mal so, äh, minimal zeigen, wie weit es jetzt ist, ja. Wie gesagt, ich lege meinen Fokus da auf, äh, die, ähm, die Spielgestaltung, ne, auf der Verteidigung und auf dem, äh, Korbleger, Dunks und Midrange-Game. Darauf lege ich meinen Fokus, ein bisschen. So, dann, jetzt hatte ich vor, ins Team-Training zu gehen. Das ist ein paar Mal, also alle paar Wochen ist es mal einmal Team-Training. Da ist wirklich so, das ganze Team da und es gibt dann auch team-basierte Training, Trainingseinheiten, ja. Nicht nur für sich selber, sondern auch generell, ja. Und so, ähm, wie gesagt, ähm, Team-Training halt, ja. Man kann hier schon mal ein paar Würfe machen und irgendwann kommt dann dieser Pfiff, Mike Malone hier, unser, unser Coach. Was gibt's? Beat the Pro. Einfach Dreier werfen bis 7. Wenn man einen misst, kriegt man minus 2. Wenn man trifft, plus 1, ja. Man muss 7 erreichen oder minus 5. Ich verkack's natürlich, glaube ich, komplett. Ne, also jetzt nicht direkt, aber ich verkack's. Ich krieg keine 7 hin. In der Zeit. Ja, aber ich treffe auf jeden Fall ein paar und das ist ja auf jeden Fall löblich, würde ich sagen. Man muss eher in diesem roten Kreis bleiben und man muss einfach treffen, ja. Und ich bin ja noch nicht so das ganz große Level, aber egal. Jedenfalls Justice, der ist auf jeden Fall einer, der ist wirklich hart am, äh, ähm, also wirklich hart am Arbeiten. Und, äh, der entwickelt sich relativ schnell von den, äh, von den, äh, von der Gesamt-Over-Gesamt-Stärke, ja. Er geht nämlich relativ schnell in die, in die Anfangs-80, ja. Und, äh, ja, ich versuch da ein bisschen mitzuhalten. Klappt nicht immer, aber mittlerweile da, wo ich jetzt das letzte Mal aufgehört habe, zu, ähm, ja, aufzunehmen, bin ich auf jeden Fall bei einer 78. Noch nicht eine 80, aber eine 78, das ist schon nicht schlecht und von da aus soll es jetzt weitergehen. Wie gesagt, die zwei, die übertreibe, äh, übertreffe ich nicht. Deswegen, ich kriege es nicht ganz hin. Jetzt bin ich wieder bei minus eins. Wieder bei null. Ist auch gleich zu Ende, keine Sorge. So, jetzt bin ich bei minus eins. Bei minus drei und jetzt muss ich noch einen nicht treffen und dann bin ich raus. Bronze, egal. Wir haben gearbeitet. Das nächste Mal ist ein bisschen, ähm, äh, von, von, von wegen ein bisschen Simulation des vierten, Ende des vierten Viertels, ja. Äh, letzte fünf Minuten. Versuche direkt einen Wurf reinzumachen, egal. Äh, Kenneth Reed holt sich den Rebound, macht einen Ant-One. Was, wenn man mir hier Fast-Break, Offense. Das wird gestoppt von Denver, übrigens. Ja. Ich passe den, äh, Ball zu Justice. Justice hat den Ball, macht jetzt den Spielaufbau an sich. Ja. Ich laufe frei, hab freien Wurf und Perfect Release drin mit Rage. Läuft. Der Fast-Break, ich zu Justice. Justice, den Dreier. Easy. So, ich will wieder den Spielzug ansagen. Ja. Klappt bisher auch ganz gut eigentlich. So ein Pick-and-Row mit Justice. Und ich denke, ich nehme einfach den Dreier und er geht rein. Ja. Keine Sorge. Jedenfalls, Fast-Break wieder. Und ich denke mir so, okay. Will Barton ist frei. Er macht ihn rein. Was auch immer. Ich bin nämlich der Spielbereiter, der den Spielaufbau macht. Hier, Isolation-Move mit Gallinari. Und den macht er auch rein. Wie gesagt, alles cool. So. Und ich stecke jetzt hier wieder fest, ja. Passt zu Justice, der passt wieder zurück. Und ich denke mir, okay, machst du jetzt hier einen ganz normalen Spielaufbau. Aber das Spiel denkt sich, der kann noch eine Isolation spielen. Also eins gegen eins, ja. Und was macht Gallinari da? Keine Ahnung, was der da macht. Egal. So. Und ich denke mir, ach, wer. Spielzeit läuft runter. Werf einfach. Ja, ein bisschen feiern müssen wir natürlich auch noch. Und hier denke ich wieder, Will Barton frei an der Dreierlinie. Und er wirft nicht, ja. Und ich denke mir, okay. Dann machst du jetzt. Spielst du jetzt hier einen Post zu Gallinari. Sobald es angezeigt wird. Wird es aber nicht. Das heißt, ich werfe einfach den Dreier. Ja. Eine Sekunde noch. Wir haben gewonnen. Ergebnis Gold. Sehr gut. Wir haben 5 Minuten 22 Punkte gemacht. Jetzt 3 gegen 3 Situation. Und ich denke mir, was machst du? Double Team. Justice. Mach ihn rein. Yes. Sehr gut. Und immer wenn wir treffen, können wir dann auch weiterspielen. Weil es gibt 3x3 Teams, ja. Und da hinten ist das nächste Dreierteam. Und ich denke mir, so Pick'n'Roll mit Will Barton. Ja. Super. Und er macht ihn rein. Super. Und wir können weiterspielen. Wieder gegen das andere Team. Gegen das wir gerade gescored haben. Ja. Und ich denke mir, wir können ja irgendwas mal Will Barton. Genau. Und er macht ihn wieder rein. Und wir können weiterspielen. Und weißt du, wir haben 3x gescored. Und die Gegner noch gar nicht. Und ich denke mir, ich falle auf einfach den Fastberg und dunk den Ball einfach rein. Ich laufe einfach an allen vorbei. So. Und nehme den Ball einfach auf und laufe wieder weiter. Und ich denke mir, Pick'n'Roll. Wie wäre es? Justice? Hast du Bock? Ja. Ja, sehr gut. Und jetzt stecke ich fest und mache den Turnover. Naja, jetzt ist das andere Team dran. Und kann einfach scoren oder machen, was sie will. Egal. Ich glaube, man muss bis 5 spielen. Wir sind jetzt bei 4. Die anderen beiden haben alle 0. Naja. Geoffrey Laverne hier mit dem Pass nach außen. Ich glaube, zu Denver oder zu wem. Keine Ahnung. Nicht getroffen. Die holen sich den Rebound. Wir sind jetzt auf jeden Fall dran. So, ich verteidige Gallinari. Egal. Wir haben eine gute Verteidigung gespielt. Justice holt sich den Rebound. Was auch immer er da macht. Er macht den rein. Er gibt das Gold. Wir haben es geschafft. Alles klar. So, wir sind fertig. Genau. Und das heißt, wir verlassen jetzt einfach die Turnhalle. Beziehungsweise, wir gehen nochmal ins freie Training und Partner 3er mit Kenneth Farid, der eigentlich gar kein 3er-Schütze ist. Egal. Er will mit uns 3er-Partner-3er werfen. In 1,5 Minuten. So viele wie möglich. Und wenn man dann so 11 schafft. Oder 10 ungefähr. Dann hat man schon Gold. Ja. Und ich glaube, das schaffen wir auch. Weil Kenneth Farid einfach ein paar trifft. Beziehungsweise, ich treffe eigentlich die meisten. Glaube ich zumindest. Hoffe ich gerade. Manchmal holen die sich auch den Selbst-Jun-Rebound, wenn der so in die Hände quasi fällt. Ja. Aber ist nicht die Regel. Das heißt, man muss immer den Ball holen und dem zum anderen passen. Jedenfalls, wir haben jetzt schon zwei. Und die sind alle von mir. Kenneth Farid immer noch nicht getroffen. Ja, ich bin jetzt auch noch nicht der perfekte 3er-Schütze. Deswegen. Ja. Bitte schreibt mich jetzt hier nicht an, weil ich so schlecht bin. Ich kann aber 3er werfen. Das ist unbedrängt. So. So. 4 haben wir jetzt schon. Und wir haben noch 30 Sekunden. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Und da trifft er auch mal. 4 zu 1. Ja. Ich glaube, wir schaffen es doch nicht, die 10 hinzukriegen. Aber wir kriegen, glaube ich, Silber. Sehr gut. 6. Jetzt haben wir noch ein paar Sekunden Zeit. Egal. 6 haben wir hingekommen. Silber. Irgendwie irgendwas. Bisschen immerhin zu add etwas. So. Jetzt müssen wir Mitteldistanz werfen. Wieder Treffer. Plus 1. Daneben. Minus 2. So. Und wir müssen einfach 7 hinkriegen. Bei Minus 5 ist es zu Ende. Bei Plus 7 auch. Ja. Und bei Plus 7 natürlich besser. Wir haben jetzt schon 3. Und wir haben natürlich 2 Minuten Zeit dafür. Hier ist auch so ein kleiner Bug. Hier will er mir nicht passen. Jetzt, wenn ich mich kurz bewege. So. Kriege ich wieder den Ball. Naja. Was auch immer. Egal. Ich versuche immer oben die Leiste voll zu kriegen. Deswegen mache ich auch alle Übungen mit. Und mache noch ein paar extra Übungen. Um da auch alles zu bekommen. Ja. Manchmal hat man mit den Mitspielern nur so ein paar Übungen. Und muss dann noch ein bisschen. Weißt du. In den Gym gehen. Ein bisschen Handeln heben und so. Und Bank drücken etc. Ich habe da immer meine Übungen. Die ich immer abklopfe. So ein bisschen. So eine Routine. Ja. Ergebnis Bronze. Weil wir es einmal nicht geschafft haben. Hier. 2 gegen 2. Justice. Und ich dachte ich mache hier den Mega-Move. Und mache ihn einfach nicht. Ich mache den geilen Hopstep über Justice Kopf. Und dann. Naja. Aber wie gesagt. Das ist immer schiefst. Wenn man mit. Wow. Der Mega-Block. Wenn man mit Farid oder Gallinari spielt. Dann kann es einfach immer ein Pick'n'Roll laufen. Das geht eigentlich immer. Wie gesagt. 2 gegen 2. Nichts. Großes. Aber wie gesagt. Justice macht den rein. Ich glaube das Spiel sogar verlieren wir. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich bin schon ein bisschen her seit ich das aufgenommen habe. Und. Wie gesagt. Ich verteidige Justice. Und Kenneth verteidigt. Äh. So. Ball zu mir gepasst. Ich denke. Wir laufen mit Pick'n'Roll. Mit Kenneth. Kenneth. Bist du da? Und Alioub. Einfach den Alioub schmeißen. Und Kenneth Reed holt sich den Ball irgendwie schon. Das klappt schon. Über kleinere Defender. Das geht schon. Hier passt er wieder. Und ich hink mir so. Okay. Weil da war ich mir noch nicht sicher. Klappt das jedes Mal. Und ich hink mir so. Er muss auch mal selbst scoren und so. Und dann dachte ich mir. Okay dann. Dann mach ich mal das. Aber. Es ist irgendwie nicht so der. Weißt du. Wenn man einen Big Man hat. Ja. Oder einen Power Forward hat. Der sowas kann. Dann ist es nicht das gleiche. Aber Gott sei Dank verwirft Justice einfach mal den Ball. Und Kenneth verliert den Ball. Ja. Und Justice denkt sich. Okay. Dann mach ich ihn einfach rein. Okay. Danke. Der steht jetzt auf jeden Fall 2 zu 4 gegen uns. Was soll das? Ja. Versuch hier Lockdown, Defense und Justice. Geht. Klappt gar nicht. Weil Justice dann einfach. Aus dem Lauf einfach einen Wurf. Mit einem Midrange-Wurf macht. Verwandelt. Als wäre Kobe Bryant. Ja. Aber ist er nicht. Naja. Aber jetzt macht er krasse Moves. Solche Moves hab ich noch gar nicht. Ich muss auch das. Das. Das Dribbling. Das Special Dribbling. Ähm. Muss ich noch üben. Ich hab zwar schon ein paar Moves ausgewählt. James Harden etc. Aber da muss ich noch ein bisschen. Nur ein bisschen üben. Ähm. Weil ich es noch nicht ganz hinkriege. Weil wegen Isolation Plays und so. Da muss man. Also 1 gegen 1 im Spiel. Ja. Da muss ich auch mal den. Den Verteidiger erschlagen können. Und hier holen wir uns den Stil. Keine Flurie den Rebound. Und er macht ihn rein. Super. Ja. Auf jeden Fall muss ich da aber auch. Ähm. Den Verteidiger schlagen können. Und hier. Mache ich mir direkt den Midrange. Mache ich auch rein. Es ist wieder knapp 8 zu 6. Fürs Gegner Team noch. Aber mal schauen wie es läuft. Jetzt denke ich mir. Passt doch mir den Ball in den Post. Und dann dachte ich mir. Doch nicht so. Er weiß auch nicht. Was Kenneth Farid da macht. Und ich denke mir so. Okay. Pick and roll. Wir müssen jetzt. Müssen das 8 zu 10 jetzt machen. Und jetzt werfe ich den Alleyup. Und er macht ihn einfach rein. Das ist auch im Spiel. Im regulären Spiel. Das ist auch eine sehr gute Waffe. Auch bei den Denver Nuggets finde ich. Und ich denke mir so. Okay. Dann mache ich einfach den Dreier rein. Und wir haben gewonnen. Ergebnis Gold. Alles das was ich will. Und jetzt denke ich mir. Die Anzeige fast voll. Jetzt sprinte ich noch ein bisschen. Im Gym. Das ist jetzt nur Training. Das ist aber auch die einzige Folge. Wo nur Training ist. Im nächsten Spiel. Im nächsten. In der nächsten Folge gibt es dann auch ein Spiel. Und es wird dann auch in jeder Folge ein Spiel geben. Denke ich. Ja. Aber auf jeden Fall wollen wir jetzt hier ein bisschen sprinten. Ja. Also beziehungsweise. Was heißt sprinten? Wir schlaufen schnell. Das ist natürlich kein Sprinten. Können schnell sprinten. Aber wie gesagt. Wir wollen da ein bisschen arbeiten. Hier noch ein bisschen diese Agilitätsleiter. Ja. Was eben so dazugehört. Wenn man die falsche Taste drückt. Dann furtet man ein bisschen. Egal. Man braucht eigentlich nur Bronze. Da immer zu schaffen. Und ich will auch eigentlich immer nur Bronze schaffen. Mehr. Das ist gar nicht mein Anspruch. Jedenfalls. Verlassen wir dann die Tornal. Und der erste Tag ist vorbei. Der NBA. Der NBA Regular Season. In der nächsten Folge spielen wir das Spiel gegen die. Hier spielen wir das erste Spiel gegen die. New Orleans Pelicans. Und wenn es euch gefallen hat. Dann lasst doch ein Like da. Kommentiert. Abonniert. Teilt das Video auf sozialen Netzwerken. Ansonsten haut rein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.